und damit ein herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von minecraft wieder mit unserem gastarbeiter drei tagebatschnittchen genau drei tagebatschnittchen ist wieder da die ist irgendwo unten ja hier guck mal runter winken wo bist denn du ich stehe praktisch direkt vor deinen füßen okay oh hallo 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 ich hatte ich hatte eine idee ja und zwar ich habe doch noch ein paar stein habe ich nicht eine formschöne nase hervorragend der bade so super was hat sie für eine idee ich habe doch hier noch einiges an stein und da wollte ich steinmauer mitmachen und dann rechts und links an den leitern weil ich stürze immer ab ich bin ja das ist eine gute idee ja ich stürzte auch ab ich mag doch leute normalerweise gar nicht weil jene die sind doch nicht doof aber dann hat man so eine art führung und dann musst du das hinhauen ja dann mach du mal ich ja wenn du da fertig bist dann kann ich an den crafting table ich mach mir mal ich das auch in den türmen ja ich hab da nie die ich muss hier sofort umsetzen bleiben bleib ruhig bleib ruhig ich mach mal eben slabs und dann mache ich mich jetzt an den turmen dran ja mach den mal ja genau du musst das mal gerade machen was ich beim letzten mal da irgendwie nicht so ganz hingekriegt hat wo sieht der himmel kacke aus so dunkel könnte man so sagen ja okay dann werde ich jetzt mal mich nach oben bauen wo ist denn die erde hatte man nicht wie brauchen wir denn dafür so jetzt werde ich mal nach oben gehen ich bin da mal oben ne warte ich bin nicht oben nein geht gerade nicht doch ich baue mich mal nach oben jetzt hänge ich dir drunter fest oder was ich habe mich mal fragen darf du hast hier schon kacke ich werde jetzt mal eben das ausbessern was du hier gemacht hat ist ja mach mal den einen slip da rein setzen dann mache ich da boden rein wir brauchen drehen wenn du das selbst braucht ich habe noch 35 so jetzt müsste das anständig genug sein hast du gehört ja ich habe das gehört ja ich hoffe mal dass das alles so klappt wie ich mir das jetzt denke jetzt gucke ich mal eben habe ich noch ich habe gar keine steine mehr ja ich sagte ich habe noch welche hast du ich habe nur noch drei steine echt ja warte mal ich habe 61 noch 35 steps und ich habe mir 60 steinmauern gemacht müsste man doch erst mal mit dem komo 60 steinmauern habe ich mir gebastelt ja überlegt mal dahinten die leiter hier die leiter wo du jetzt runter kommt und im turm und in dem anderen tun wollen wir auch ja ich brauche slabs warte slabs ja ich brauche ich sage mir mal ein paar steine was hast du denn noch okay warte ich habe achtung die 63 und schnittchen kurz steine geil war und wort sie schon bei slabs auch habe ja gibt mal im moment brauche ich die nicht brauchst du holz ich hatte ja warte mal ich gucke mal eben wegen den slabs aber die slabs kannst du mir auch geben ja ja mach ich doch schatz allein das sieht aber schön aus dass wir hier die kasspert haben ja das ist richtig schön kann man eigentlich auch einen regenschirm basteln wie schade ein regen cape ein poncho hallo da liegen noch welche gut da habe ich dann gehe ich jetzt hoch ja machen dann kannst du die steinmauern machen ja ich habe schon die fackeln abgebaut abgebastelt okay dann kannst du gleich den neuen neuen punkt suchen ok dann fangen wir einen neuen punkt suchen wie meinst du das wann soll ich meinen punkt suchen wo du die fackeln hinsetzt ach so ja auf die steinmauern geht ja nicht ne kriege ich denn jetzt da oben das drauf schlug auf den kleinengarten ok so dann habe ich das hat soweit die kündnis die kündnis die kündnis die kündnis die kundin kummer das jetzt aussieht ob das jetzt zu einer menschen gibt а Ich bastel mich gerade wieder runter und laufe los. Guck mal, ich baue mal eben den Boden hier rein. Oh ja, das sieht gut aus. Bis auf diesen komischen Erdblock. Ja, den mache ich gleich weg. Ich muss irgendwie hier wieder runterkommen. Hast du das denn jetzt auch so begradigt, wie das sein sollte? Ja, habe ich gemacht. Ich habe den einen Block, der da hin musste, habe ich gemacht. Ja, ich weiß auch nicht, was ich da irgendwie... keine Ahnung. Aber mit den Slaps, das finde ich, ist eine gute Idee. Da kann man noch ein bisschen was einsparen. Ja, genau. Und das sieht finde ich... Das kannst du ja dann hinten in dem anderen Turm auch austauschen. Ups. Achso, ja, ich habe ja die Fackeln vergessen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Holz vor den Lücken. Weißt du? Ja, ja, ja. Wir können uns aber auch ein paar Bäume mal pflanzen. So, der Turm ist soweit fertig. Ja, das können wir tun. Das ist richtig. Ich komme jetzt mal runter. Ja, probier mal aus, was ich hier so gebatzelt habe. Warte, ich komme. Du. 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 So, ich komme. Oh, das sieht cool aus. Äh, geile Kiste. Ja? Ja, das ist stark. Zufriedenstellend. Guck mal da vielleicht so. Oh, ich muss wieder hoch auf den Turm. Wieso? Ich habe was vergessen. Ja, das ist geil. Ist das gut mit den Fackeln? Das ist richtig cool. Oder sollen wir vielleicht mehr da dran setzen? Nein, das ist okay. wieder dunkel? Ach ja, stimmt. Bei mir ist auch dunkel. Bei mir ist immer dunkel. Na, na, na. Ich muss noch mal hoch. Ich muss noch Fackeln auf den Turm setzen. Du musst noch mal gucken. Ja, ich gucke. Hsala. Oh, bitte, bitte. So, bom, bom, bom. Äh, auf jeden erhöhten, also auf jeden Snap hast du die gesetzt. Die Fackeln. Ne, nicht auf jeden erhöhten. Doch. Nur auf die... Genau. Raft die ganzen. Ja, mein Gott warst du das Gesetz, ja. Ja, entschuldige. Dort, dörter. Ja. Dort, dort. Dort. Dort, dort, dort. Ne, falsch. ja wohl guck mal auch schön das hat so gut schon mal tun mehr ich habe doch jetzt habe ich hier ein bürgermeister und dort so war es schon habe ich keine schüttelte ich habe ich das ob ich hier für den rotodonten löwenzahn habe ich was wir machen du mit dann muss ich noch mal fragen weil ich den hat ich in meinem inventar 3 4 so für dich das reicht nicht wer war das wenn ich bin da brauche ich muss von vorne hat der regen dich erschlagen ja der hat mich voll gekriegt der sack das sieht voll geil aus guck mal das ist total schön wenn das mal von dir aus an sehr schön total schön ja übrigens leute falls ihr euch wundert dass ich wieder leuchte der gute kubus hat mir auf screen mein helm repariert ja genau mein kleiner held wir wollten jetzt nicht unbedingt zeigen wie wir wieder mal durch die welt geschichte laufen wir wollen ja jemand mit der burg fertig werden ja pass auf ich mach mal noch ein paar leitern ja das ist ja spatzermausel machen dann können wir warum ist das da so hell und hier so dunkel fragt mich nicht ach deswegen ach hier war der erdblock davor ich muss mal eben hier mal eben ein bisschen abbauen das ist jetzt ist das hier weg jetzt müssen wir hier noch eine leiter in den turm bauen so jetzt müsste der aber auch eigentlich heller sein oder ja ein bisschen aber das ist ja wie ist das scheiße hier drin was denn was denn scheiße der ist nicht so hell beleuchtet der turm weißt du weiß nicht ich bin unschuldig oh ich habe ein loch in die erde gemacht so viel zum thema war ich nicht ne dass wir hier oder machen wir hier machen wir dann die leitern ich habe noch zwei leitern ich setze die schon mal hier dran mach ich hier dran so zwei leitern fällig es hat aufgehört zu regnen und es wird hell guck mal auf hier drei leitern warum schmeiß ich denn jetzt meine fatten weg ich denke mit drei leitern kommen wir nicht weit durfte eng werden so jetzt habe ich neun meinst du mit neun kommen wir weiter ich mach mal zwölf mehr habe ich erstmal nicht dann guck ich mal für im turm brauchst du 14 der ist doch 14 Blöcke hoch oder hast du schon welche vorgearbeitet und wo packst du die hin muss ja alles symmetrisch sein schätzelein nein die muss einfach jetzt hier raus kommen nein so meine ich das eigentlich soll ja genauso aussehen wie auf der seite hier wo ich jetzt gerade bin so ich habe das gebaut fertig ich habe die leiter gesetzt jetzt können wir hier in dem turm auch schon mal hoch wieso was machst du denn das geht sich gar nichts an okay hat er im turm gucken guck mal da habe ich das auch schon fertig mit der umrandung das ist ja hervorragend mein liebes schnittchen ach da bist du auch dran sehr hübsch ja kannst du mal sehen cool ich gebe mein bestes so jetzt müssen wir da mal gucken ja wo willst du gucken ich brauch gleich neue steine steine ja wir müssen dringend steine wieder abbauen gehen ja ich glaube wir müssen mal wieder wir können ja noch übel in die hölle also ich kann dir noch welche geben ich brauch die im moment nicht wo bist du ich kletter hoch und guck mal wie weit ich komme okay ich mach mal noch ein paar leitern ja mach mal ich guck mal wie weit ich mit meinen steinmauern hier komme so das sieht gut wir müssen mal die letzten zwei türme machen ja ich weiß die müssen wir echt machen aber dafür brauchen wir ja auch steinschätzelein und deswegen müssen wir eine höhlenform machen ja wir müssen ich glaube das hatte ich beim letzten mal bereits mehrfach erwähnt wurde auch immer schön ignoriert vom Buch ja wir müssen dringend treu dem Motto ich will nicht in die Höhe nee ich wollte hier gern die Burg ja fertig kriegen aber oh guck mal ich hab's geschafft ich bin fertig ich hätte jetzt nicht gedacht dass das reicht mit den Steinmauern echt schocka und das sieht cool aus Leute ich guck mal krass was krass ich probier mal aus na probier mal aus für ganz doofe das ist für du wird von uns genau richtig hervorragend hervorragend tolle Aussicht hier muss ich immer von dir auf andere schließen mein Freund sehr leise ich dich doch auch so dann gehe ich mal auf die andere Seite acht Stück habe ich noch die kann ich noch verballern und dann brauche ich deine ja warte ich mach dir ein paar Mauern ja mach mir mal ich mach's dir jetzt warte da wollte da nicht halt stopp 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 hast du selbst dabei genügend ne ich hab nur noch elf Stück ja dann tauchst du doch aus genau was ich tauchst du aus ja hab ich wieder voll die krass geile Jäger krass geile super geil oh kacke voll nicht peinlich so ich hau die mal eben hier weg ich hab mich irgendwie verbaut aber das macht nichts da kommt ja später sowieso noch was hin so jetzt habe ich nur noch neun Stück so ich bin ein braves Schnitzchen und warte hier vor dem was ist denn das überhaupt das sind Eichenholzstufen und das sind Fichtenholzbretter ja geil oh das passt nicht so ganz äh ich hab noch Eichenholz keine Angst so dann hau ich den Rest jetzt auch noch hier weg ich bin ein braves Schnitzchen und warte fein auf dich oh ja man sieht den farblichen Unterschied ja ein wenig ne so ich hab keine mehr ja ich komm mal runter ich muss da mal eben basteln ja machen aber das ist ne coole Idee ne rechts und links das ist richtig cool ich bin nämlich auch immer abgestürzt hallo ja das ist cool auch mit dem zweiten Turm jetzt das ist schön ja da müssen wir nur noch ein paar Gitter rein machen ja so jetzt müssen wir mal eben muss ich mir ein paar Slaps machen ja und wenn du damit vernicht bist machst du mir ein paar Mauern so sechs zwölf stück müssten eigentlich reichen oder ich nehme mal nur zwölfe mit es wird schon reichen du wolltest Bauern haben ne Bauern? ne Mauern sechs, zwölf kommst du 18 Stück? ja das reicht erstmal weil ich muss ja ähm ich brauch jeweils 24 für den Turm ach quatsch stimmt doch gar nicht 28 aber da hab ich ja schon welche hin gebastelt und für die anderen Turm brauch ich später ja da sollen ja noch zwei Türchen in so dann mach ich das andere jetzt schnell fertig ding dong das waren aber jetzt 19 ja ja danke dir bitteschön oh dankeschön so dann machen wir eben die Slaps dann haben wir da ein bisschen ein bisschen gespart ne ja ja das ist heller guck mal hier ja ich hab das schon gesehen dieses Fichtenholz jetzt scheint bei mir die Sonne so schön drauf dann kann man das nicht sehen und da sieht man das noch besser ich will gar nicht nur das ist schlecht die das auszutauschen ne das machen wir jetzt auch das ist halt da hängt voll das Holz in der Luft bei dir ach das hängt auf den auf dem nee doch nicht ich wollte sagen es hängt auf meiner Mauer oder mehr oder weniger ne da komm ich nicht dran da müssen wir dem Kubus fliegen bei der Scheiße sind schon verbaut hier jetzt stürzen die Dinger ab jetzt reicht das nicht weil ich mich verbaut habe sag nicht dass ich das schon nein das bist nicht du schon ich komme ich rette euch hier 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 die hängen da echt um auf der Mauer irgendwie aber ich komme da nicht dran oh mach jetzt geht kaputt du da da mir fehlt ich habe auch nicht genug mit Erdendichter hoch arbeiten ja das weiß ich dass es nicht so schlimm aber mir fehlen um die anzusammeln mir fehlen drei Slappys Slapps habe ich leider keine mehr das muss ich ihnen nur rein tut mir leid ich würde welche geben hätte ich welche ja ich weiß das würde ich tun Ja, der Turm ist auch fertig mit Umrandung, wir können nicht mehr abspürzen. So, ich mache mir noch eben drei Slippies. So, jetzt habe ich sechs gekriegt. Ich habe mir überlegt, in den Türmen, wie so eine Art Fenster, also mit den Gittern davor zu machen. Ja. Einfach, um ein bisschen Licht reinzulassen. Ja, das hatte ich auch vor da. Gut. Ich habe nämlich noch, glaube ich, Gitter. Ich weiß es gar nicht. Den müssen wir ja nicht jetzt machen. So, hier oben ist fertig. Sehr schön. Ja, das habe ich mit Slippies fertig gemacht. So, ich komme runter. Okay. Guck mal, stell dich mal ans Tor, so wie die gute kleine Schnitte das macht. Dann drehst du dich mal um und dann kiekst du mal. Ja, das habe ich ja eben schon gesehen. Das ist richtig schön geworden. Entschuldigung, ich muss mir das einfach nochmal angucken und feiern. Ja, das ist auch schön. Nee, jetzt wo der zweite Turm auch fertig ist, gefällt mir. Ja, jetzt müssen wir in der nächsten Folge dann sehen, dass wir die anderen zwei Türme da hinkriegen. Äh, nee, in der nächsten Folge werden wir eine Höhlen-Tour machen. Steine abbauen, da brauchen wir nicht eine Höhle. Wir gehen in diese komische Schlucht runter. Okay, dann sehen wir uns in der Schlucht wieder, wa? Okay, so, dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wir machen heute eine etwas kürzere Folge. Ja. Und hoffen, dass euch das gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Genau. Bis zum nächsten Mal. Okay, ich mach mal. Okay. Winke, winke. Winke, winke. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.